Sandra, eine gute Runde heute, 8.64 Uhr. Wie war es heute? Ja, ich habe mich gut gefühlt heute. Ich habe den Ball sehr gut getroffen, wie auch die letzten Monate. Der Unterschied war, dass ich heute einfach ein bisschen mehr relaxed war und wirklich versucht habe, jeden Schlag zu genießen und dann das Glück hatte, dass ich viele Platzlochen konnte. Alright, thank you! Alright!